Es ist Antwort B. Der Essig durchdringt die Ölschicht und erreicht das Backpulver. Dort entstehen Gasblasen. Das Backpulver steigt wie in einer Lavalampe auf. Essig hat eine höhere Dichte als Öl und sinkt deshalb durch die Ölschicht zum Glasboden. Dort trifft der Essig auf das Backpulver. Bei einer chemischen Reaktion entstehen kleine Blasen aus Kohlendioxid. Diese schließen sich zusammen und wachsen. Wenn sie groß genug sind, steigen sie durch die Essig- und Ölschicht auf und reißen etwas Backpulver mit. Wenn die Blasen an der Oberfläche platzen, sinkt das Backpulver wieder zu Boden. Es entsteht ein Kreislauf. Der gesamte Ablauf sieht aus wie in einer Lavalampe. Schön anzusehen. Echt schön.